Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir haben auch unsere Vampire ausgekramt. Die Vampiretten. Und schauen wir mal, was damit zu machen ist. Tut ihr auch gut, Saugen? Mal gucken, ob wir wie Zecken uns jetzt irgendwo dransetzen und versuchen, da Blut zu saugen. Also Schaden zu machen. Genau, ich habe irgendwas entdeckt, das ist schon mal gut. Nur was weiß ich nicht. Oder ist das die Bellera vor, die schon wieder unsichtbar ist? So, Tops sind bereit. 6 Kilometer Reichweite, auf 6,3 Kilometer bin ich offen. Da sind Kreuzer. Da, Chester. Ich baller einfach mal. Da kommt noch eine Lassau dazu. Und eine Bellera vor. Alter, mit AP 2000. Ultra auf jeden Fall AP. Ich bin offen. Ich ja auch. Das ist eine Kämpfe. Ich treffe von 998 mit AP. Aua. Auf den DDE-Event von der Meta-He. Alter, jetzt muss ich mich aber mal neben. Ja. Okay. Torpedos auf Steuerbord. Gegner ist ein Kreuzer gesichtet. So, ich habe 23 Treffer und 4000 Punkte. 38 Treffer und 8000. Oh, ich brenne. Feueralarm! Problem gelöst! Ich brenne. Auch. Bin ich die Einzige, die noch nicht brennt? Wahrscheinlich. Jetzt brenne ich. Ich bin eh gleich schon raus. Da links, direkt an der Inhülle ist Nebel. Das steht bestimmt irgendwo da drin. Ich weiß, was wir verwiesen sind. Und ich fahr zurück wieder in den Nebel. Ah, hier ist die Campbell Town. Da. So, 248er Treffer mach ich. Ja, ich bin raus. Ja. Dann fährst du auch in den Top rein. Ich wollte eigentlich direkt wieder in den Nebel. Aber das wollte nichts mehr. Hey, nicht gegen meine Leichen fahren. Ich meine, beim Schießen. Da ist AC-N ein. Da muss ich ja spielen. Ich bekadere schießt Streetivals. Ja, das ist ja richtig super. 55 Treffachs, 12.000 Punkte. Oh, perfekt. Ach stimmt ja, ich habe hier mehr Sichtweite wie meine Yamato. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Warte, ich muss von meinem Computer neu hochfahren. Oh, was ist los? Keine Ahnung, der will, dass ich den nochmal neu starte. Ja, dann macht das schnell. Bis gleich. Bis gleich. Unser Käpt'n bei uns. Maschinen-Boost aktiviert. Und Volltreffer-Kassier. 61 Treffer, 14.000 Punkte. Nebelwerfer gestartet. Was schlimmer ist, die 14.000 Punkte habe ich mit 34 klaren Treffern gemacht. Ich bin wieder da. Sehr gut. Nebelwand gelegt. Das sind Tabelle gefressen. Die Gegner ist ein Zerstörer gesiechtet! Feuer Alarm! Das ist halt der Ende wieder geflüchtet. Jawoll! Keiner mehr da, der zurücksetzen könnte. 43.000 18.000 Der hat mich... Der hat mich wieder ins Spiel geworfen. Ja, das ist normal. Ich hab hier sowas noch nie gemacht. 92 Treffer, 2 Brände, 19.000 Mein Turbo kann ich in 40 Sekunden zünden. Ach, bis dahin haben sie ja durchgekippt. Wäre schön gewesen, wenn die Bellafone auf einen meiner zahlreichen Hinweise mal reagiert hätte vor 10 Minuten. Wäre schön gewesen, wenn die Bellafone auf einen meiner zahlreichen Hinweise mal reagiert hätte vor 10 Minuten. Ach, der ist jetzt als nächstes raus. Na, kannst du resetten? Schieß! Turbo gezündet! Und durchgekippt! Dank solcher Schwachköpfe, die überhaupt keine Ahnung haben, was das bedeutet. Hauptsache in einem klaren sein, ne? Ja, ja. Der Speckberflaster! 2 Brände, 92 Treffer, ganze 19.059 Punkte. Mhm. 30 Abbrecher, 6 durch, 9 Abpraller. Bei 7, rechnen wir das mal aus, bei 47 klaren Treffern. Ja, macht richtig Spaß mit dem Kahn. Naja, trotzdem, 113.000 habe ich behalten. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zusehen. Die letzte Runde war eigentlich schon genauso, nur dass wir da noch weiter unten angesiedelt waren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!